Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge hier in Minecraft. Heute widmen wir uns nochmal dem Thema Saw of Park Vorstadthäusern. Und zwar gibt es ja noch ein paar weitere Charaktere, die ja auch ihre Häuser besitzen. Nicht nur Cartman. Der Unterschied ist einfach nur, die haben andere Hausfarben. Und darauf gehen wir heute ein bisschen ein. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann baust du dir noch von deinem Lieblingscharakter das Häuschen. Der beste Weg, um sich die ganzen Häuser natürlich jetzt hier hinzubauen, ist das Ganze wie immer einmal zu duplizieren. Das heißt, indem wir uns eigentlich das Haus einmal komplett kopieren, es uns nochmal spawnen und wie ihr hier schon seht, die Wände einfach einreißen. Dass wir nur noch das Dach, die Türen und die Fenster haben und das dann einfach nur noch austauschen müssen. Ja und dafür gibt es wie immer unseren schönen Kopierblock. Der habe ich mir hinten in der Ecke einfach mal hingestellt. Gucken wir mal rein. Ich kann euch jetzt nicht unbedingt die Maße hier empfehlen, weil ihr habt bestimmt euren Zaun und das Gelände so ein bisschen vom Haus anders gestaltet als ich. Und daher müsst ihr gucken, wie ihr euch das natürlich jetzt hier kopieren könnt. Jedenfalls hier sieht das Ganze einmal aus. Natürlich jetzt ohne Wände. Ihr müsstet dann noch die Wände euch einmal wegbauen und dann euch das natürlich so kopieren. Und dann könnt ihr euch das hinsetzen, wo ihr wollt. Das mache ich natürlich jetzt hier auch einmal. So und ich habe mir das jetzt so gemacht, dass ich die aneinander reihen kann. Und zwar, ihr seht ja hier hinten, dass ich da den Zaun nicht mit kopiert habe. Denn der schließt dann immer die Reihe hier und dann kann ich mir die mal aneinander ransetzen und schließe dann immer perfekt an den Zaun an. So, das werde ich hier noch einmal machen. Denn ich würde mir unbedingt, sage ich mal, noch zwei weitere Häuser bauen. Jetzt könnte man natürlich zählen, wie weit das hier geht. Aber ich bin halt immer so einer, ich gucke dann lieber, ob das so viermal darum hier passt. Bei mir sollte das jetzt passen. Ich kontrolliere das gerne noch einmal, wenn ich jetzt hier einmal rübergehe. Okay, ich nehme den mal weg. Er schließt genau da an. Müsste also passen. Okay. So, dann kann ich mir das einmal hier kopieren. Gehe auf Laden und schwupp. Habe hier nochmal das zweite Haus mir hingesetzt. Und das sollte perfekt hier einmal anschließen. Jawohl. So, jetzt kann ich natürlich loslegen, mir natürlich jetzt hier einmal die wieder anzumalen. Und da ist die Frage, welche Farbe gehört und zu welchem Haus. Ich habe ganz einfach mal hier ein paar Farben euch zusammengestellt. Und zwar, wenn ihr euch das Haus vom Butterzeug bauen wollt, denn einfach rosa eine Keramik. Wenn ihr Kyle und Wendy's Haus haben wollt, nehmt ihr einfach hellgrüne Keramik. Wenn ihr Stance Haus haben wollt, denn einfach dunklen Prismarinen. Und wenn ihr Bibi wie Jimmys Haus haben wollt, nehmt ihr nochmal roten Beton. So, dann kommt auch noch Mr. Gelson und Scott. Die leben in einem rosanen Haus, also rosa Beton. Und dann nochmal Tweak und Clyde da einfach Keramik nehmen. Jetzt können wir uns natürlich nur überlegen, welche Häuser wir uns jetzt hier hinsetzen wollen. Ich habe jetzt mir ja Cartmans Haus schon hingebaut. Das ist so grün. Ich würde mal sagen, gleich daneben setze ich mir am besten das Haus von Stan. Dunkles Prismarin, das kann man ruhig nehmen dafür. So, jetzt gucke ich mir das hier noch einmal an. Jetzt habe ich das Häuschen auch von Stan. Also, man kann sich echt nicht diesen ganzen Fort von South Park bauen, indem man einfach nur die Häuser kopiert, die Wände austauscht. Ist doch eigentlich relativ simpel, sich denn auch so eine ganze Kleinstadt damit zu bauen, oder? So, jetzt würde ich noch ein Haus mehr halt natürlich hier jetzt hinsetzen. Welche Farbe nehme ich? Ich nehme jetzt rosa Keramik. Das war ja Butters Haus. Und Butter ist ja auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ich finde den immer so lustig. Und rosa Keramik, oh, die passt ganz gut hier, finde ich. Ja, das sieht gut aus. Habt ihr eigentlich bei South Park auch eine Lieblingsfigur, wo ihr meint, das Häuschen von dem muss ich unbedingt da stehen haben, in der Farbe? Dann könnt ihr es ja mal reinschreiben und dann am besten gegründet, was war eure Lieblingsfolge mit eurem Lieblingscharakter. Damit natürlich der Nächste sich gleich die angucken kann, falls man die nicht kennen sollte. Und wenn ich jetzt natürlich noch Langeweile hätte, könnte ich die anderen Farben auch noch verbauen und setze mir einfach diese Häuser weiter. Nur zum Glück läuft hier weit, also sage ich mal, geht mir auch der Platz jetzt aus für meine Straßen, um die mir hier weiter geht, gerade lang zu ziehen. Und zu den Seiten abbiegen möchte ich nicht unbedingt. Dann fange ich lieber weiter hier hinten wieder an mit neuen Bauprojekten. Mal schauen, was wir in unserer Kalitun-Ecke noch in Zukunft bauen. Ja, aber jedenfalls die Häuser. Vor und South Park könnt ihr natürlich jetzt bauen. Ihr habt die Farben da. Sucht euch euren Lieblingscharakter aus. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt kannst du dir natürlich deine ganze Vorstadt bauen, wenn du möchtest, vor und South Park. Andernfalls findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Oder abonniere gleich den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand und du hast in Zukunft gar kein Video mehr. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut rein und ciao. Musik 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 Musik